Puls 4 und Spox Österreich zeigen dir die UEFA Europa League live. Am dritten Spieltag trifft Rapidin auswärts auf Villarreal. Zu sehen ist die Partie am heutigen Donnerstag ab 20.15 Uhr hier im Livestream. Hinweis, falls das Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte bitte den Adblocker aus. Der Livestream kann aufgrund rechtlicher Restriktionen nur in Österreich gesehen werden. Werbung Werbung